3D-Puzzle. Der Puzzlespaß in der dritten Dimension. Mit den neuen 3D-Puzzle wird nicht mehr auf dem flachen Tisch gepuzzelt, sondern im dreidimensionalen Raum. So entstehen nach und nach berühmte Bauwerke wie der Eiffelturm oder das Brandenburger Tor. Egal ob jung oder alt, die 3D-Puzzle machen riesig Spaß. Die neuen 3D-Puzzle. Nur von Simba.